Also dieses Jahr bin ich früh genug für meine Weihnachtspost und ich fange einfach im November schon an zu zeichnen. Und du kannst mit mir loslegen am 1. November mit meinem ja Sketchnotes-Webinar Adventszauber. Da geht es nämlich um ja wunderbar einfache Adventsmotive und aber auch Ideen, die du eben im Advent und auch zu Weihnachten benutzen kannst. Und dann wird es dieses Jahr nicht zu spät werden für die ja individuelle schöne Weihnachtspost. Hier zeichne ich übrigens gerade fürs Team und ich hoffe, die freuen sich alle über ihre ja eigenen Weihnachtskarten. Denn jeder bekommt eine andere, wie du siehst und dazu noch ein paar schöne Worte. Und ich glaube, ja persönlicher kann man es einfach nicht machen. Also melde dich jetzt an und wir sehen uns am 1.11.